Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Herzen erobert. Kürzlich sorgte das Paar erneut für Schlagzeilen, als Beatrice intime Details über ihre Beziehung zu Florian mit ihrer besten Freundin teilte. Diese Gespräche enthüllten überraschend und herzerwärmende Aspekte ihrer Liebe, die nicht nur Beatrice Freundin, sondern auch die Fans tief berührten. Beatrice traf sich mit ihrer langjährigen besten Freundin Anna in einem gemütlichen Caf in München. Die beiden hatten sich lange nicht gesehen und freuten sich auf einen Nachmittag voller Gespräche und Lachen. Nachdem sie über alltägliche Dinge gesprochen hatten, lenkte Anna das Gespräch auf Florian. Beatrice, wie läuft es mit Florian? fragte sie neugierig. Beatrice lächelte und ihre Augen leuchteten auf. Es ist einfach unglaublich, begann Beatrice. Florian und ich verstehen uns so gut. Wir haben so viel gemeinsam und er bringt mich ständig zum Lachen. Anna lächelte und nickte. Das klingt wunderbar, Beatrice. Ich freue mich so für dich. Aber erzähl mir mehr. Wie fühlst du dich wirklich? Beatrice nahm einen Schluck von ihrem Kaffee und seufzte glücklich. Ich habe solche Gefühle noch nie zuvor erlebt, sagte Beatrice leise. Florian gibt mir das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden. Er ist nicht nur mein Partner, sondern auch mein bester Freund. Anna hörte aufmerksam zu, während Beatrice weitererzählte. Er überrascht mich immer wieder mit kleinen Gischten und zeigt mir jeden Tag, wie viel ich ihm bedeute. Anna war fasziniert von Beatrice' Erzählungen und fragte, gibt es etwas, das dich besonders überrascht hat? Beatrice lächelte geheimnisvoll. Ja, tatsächlich. Letzte Woche hat Florian etwas gemacht, das mich wirklich umgehauen hat. Anna lehnte sich vor, gespannt auf das, was Beatrice als nächstes sagen würde. Beatrice begann zu erzählen, wir hatten einen ganz normalen Abend zu Hause. Plötzlich bat Florian mich, die Augen zu schließen. Als ich sie wieder öffnete, hielt er ein kleines Geschenk in den Händen. Es war eine wunderschöne Kette mit einem Anhänger in Form eines Schlüssels. Er sagte, dass dieser Schlüssel symbolisch für die Tür zu seinem Herzen steht und dass ich der einzige Mensch bin, der ihn besitzt. Anna war gerührt von dieser Geschichte. Das ist so romantisch, Beatrice. Florian scheint wirklich ein Traummann zu sein. Beatrice nickte zustimmend. Ja, das ist er. Dieser Moment hat mir gezeigt, wie ernst es ihm mit uns ist und wie tief seine Gefühle für mich sind. Sie hielt kurz inne und fügte hinzu, und weißt du was? Ich habe erkannt, dass ich genau so fühle. Beatrice erzählte weiter, wie Florian und sie ihre Liebe zueinander immer wieder bestätigen. Wir sprechen viel über unsere Zukunft und darüber, was wir gemeinsam erreichen möchten. Florian ist so unterstützend und ermutigend. Er glaubt an mich und meine Träume, und ich tue dasselbe für ihn. Anna lächelte und sagte, es klingt, als hättet ihr beide wirklich etwas Besonderes gefunden. Beatrice betonte, wie wichtig es ihr ist, diese Gefühle mit Anna zu teilen. Du warst immer für mich da, Anna, und es bedeutet mir so viel, dass ich dir von meiner Liebe zu Florian erzählen kann. Anna nahm Beatrice Hand und sagte, ich bin so glücklich für dich, Beatrice. Du verdienst all das Glück der Welt. Und ich werde immer an deiner Seite sein. Beatrice und Anna sprachen weiter über die Zukunftspläne von Beatrice und Florian. Wir haben so viele Ideen und Träume, sagte Beatrice. Wir möchten gemeinsam reisen, Musik machen und einfach das Leben genießen. Florian ist mein Seelenverwandter und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Anna lächelte und sagte, das klingt perfekt. Ich bin sicher, dass ihr beide eine wunderbare Zukunft vor euch habt. Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat wieder einmal gezeigt, wie stark und tief ihre Beziehung ist. Die intimen Gespräche, die Beatrice mit ihrer besten Freundin führte, offenbarten die wahren Gefühle und die besondere Verbindung zwischen den beiden. Florian und Beatrice haben bewiesen, dass ihre Liebe unerschütterlich ist und dass sie bereit sind, gemeinsam in eine glückliche Zukunft zu starten. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, ihre Liebe öffentlich zu machen, haben Florian und Beatrice erneut gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann.